Hallo, mein Name ist Julia Nicke, ich komme aus Bochum, habe Biologie und Erzugsfeststellung studiert und verrichte seit einigen Jahren für den Ausgangsschirmes in ganz Bochum. Mitgebracht habe ich meine zwei Freunde, Piepe, den habe ich zu meinem sechsten Geburtstag gekriegt, das heißt, wir kennen uns schon ziemlich ewig. Den Schatima, den Monat, den habe ich vor zwei Monaten von der Freude bekommen, wenn sie so weit dran gezeichnet hat. Er ist auch ziemlich existert, war noch nie auf unserer Show, hätte überhaupt nicht so viele Menschen kommen einladen. Und ich werde versuchen, euch jetzt ein bisschen, mal ein paar verschiedene Sachen mit Zweigjahr zu zeigen, auch aus dem Bereich der Sinsspieler. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an, ich versuche mal, wie sie jetzt tun soll. Viel Spaß! Musik I'm the horse of the wind No one to find my soul to do away My best friend and I said I'd love to take it away This is what it takes, I always love to try my own Hoistin' around They can't have me for the hour of the week That I can't be found In the trail with my seven pails I can be lost and I'm found When I'm hoistin' around No one to find my soul to do away My best friend and I said I'd love to take it away This is what it takes, I always love to try my own Hoistin' around Hoistin' around Hoistin' around Hoistin' around Hoistin' around I can't be lost I mean, I'saile I can't be lost I can't be lost I can't be lost No one to find my soul to do away If I find my soul You're not gonna die I can't be lost I can't be lost Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr seid doch mal so gut und fahr den Hänger mal eine Runde, ein bisschen zentraler hier hinten. Du wärst doch so gerne höher. Genau, weil ich den Anhängerführerschein so lange habe. Also, ihr habt es gesehen. Spannische Stimmen, Seiden, Gehen, zumindest ihr hier drin, sind jetzt ein bisschen warm. Julian hat gestern als Gast die Show besucht und da hat sie was gesehen und hat gesagt, das möchte ich mit meinem Toll hier auch ausprobieren. Dann hat sie es auch nachholt, hat sie es dann probiert und da hat es geklappt und dann hat sie gesagt, okay, dann zeig ich es gleich heute in der Show. Es ist also eine absolute Premiere von Julian Hickey mit ihrem Pony. Sie benutzt unseren umgebauten Böllmann Anhänger, um aufs Dach zu steigen. Zuhause hat sie ja halt schon einen Plan, den Hänger, da kann das so vieles Papad nicht machen. Aber sie wollte einfach mal gucken und ausprobieren, kann ich mein Pony zwischen Auto und Anhänger durchschieben und dann vom Dach aus verlangen. Und jetzt ist er gespannt. Und jetzt ist er gespannt. Und heute Abend in der Show vorgeführt. Klasse. Komm runter. Tolle Leistung. Komm runter.